Musik 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 Halt! Um! Am Schluss des Tages dann den Klumpensieger der Gruppe Nord im Kampfbewerb, im Dreifelskampfbewerb. Ermittelt eine besondere Mannschaft und seine Nachbarn. Wir teilen nicht nur die Sympathie mit dem Fußball-Sport miteinander, sondern unter anderem auch unseren Pfarrer, Neufeldnachbär, den Corsos, der Mann sich von Pitsch. Der Satzschlitz ist wieder im Tor. Die erste Bekenntung wird für Ansgar Weiten unterstützt unsere Schiedsrichter. Wir freuen uns auf einen fairen, wo der Herr Dorfischer, seinen Kollegen, Fußball-Entwerten, Frau Entwerten, Mike Ehrlinger, Sie begrüßen. Danke, dass Sie benachte, dass heute mit mir das Video von mit Niedergüden in der Aufstellung fortfahren. Im Tor heute mit der Nummer 1, Manuel Viola. Nummer 2, Philipp Breschel, 6 Bernd Evelschitz, 8 Roland Oder, 9 Emanuel Lazio, 10 Emanuel Lazio, 14 Filigrafen, 15 Latoradisch, 19 Papel Ligas, 20 Mittelschnitt, 21 Papierschnitt, 23 Kenian. Der Fachstil der Hauser, 5 Hohe Baden-Bas, bitte nochmal bitte, Markus Hübschen, 9 Marks von Bausgarten, 13 Jürgen Höhe und 17 Jürgen Mert. Ich darf Ihnen kurz vorhanden, noch den Modus des heutigen Nachtmedaarges. J Jury ! Jury ! Jury ! Vient em! JuryX! Jury X! Jury X! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Dann werden wir noch irgendwie runterdrehen. Der Berg ist ja der Neufeld. Das ist ein Bergwerk. Das ist ein Bergwerk, ja. Verstehst du mich? Weil der Pumpe da das aussieht. Und ich dir nicht wohnt. Ich bin wohnt. Der Bergwerk. Die Besucher wird nicht mehr runter. Der Bergwerk. Ich bin wunderschön. Am einem Schrauben, in der bayern zuい. Er ist ja die Schrauben. Die Schrauben und Siegzeug. Der Bergwerk. Er ist ja die Schrauben. Er wird ja die Schrauben. Er wird in der Geze angekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020